die welt wird auch nicht heller habe ich so den eindruck da ist schon mal loot das ist gut es ist die relik des trismegistus es ist die strangest ich bin hier Was? Schmetterding! Uh, das ist wertvoll. Ui, wir können zwei Waffen jetzt auf Maximum leveln von den Sonderwaffen. Das ist cool. Technik-Kurbel. Das ist nochmal ein Schätzchen. Guck jetzt Serien nebenbei. Was guckst du denn an? Boah leck, was ist das denn? Was kommt denn da jetzt angediegert? Ja moin, können wir mal auf der Fläche hier kämpfen? Aua. Okay, alles klar. Danke für das Gespräch. Ja, kannst du auch mal auf... äh, 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 äh. Ja, geil. Was ziehst du ab? Bist du... ah, also... okay. Na klar, dreht das sich um, ne? Ja. 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 Ich häng' fest. Ach komm, ey, die Reichweite, ne? Die ist ja schon albern. Puh, verbrügel ich eine halbe Stunde auf den rum. Mann, ich drück' doch ab. Weißt du was? Jetzt bin ich dran. Eisenmauer-Amulett. Apropos, wir können ja noch einen neuen Slot dran machen, ne? Wann das noch mal? Haben wir hier noch einen neuen Platz? Was macht das Eisenmauer-Amulett? So, erhöht die Redu... Redu... Erhöht die Redu... Erhöht die Reduzierungsrate von physischen Schaden. Ja. Ja. Das war ja, äh, ja. 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 Das war fruchten Ritters. Oh, die sieht aber besonders aus. Oh, die sieht sogar schick aus. Uh. Oh, die hat aber gut Range. Ui, die ist gut. Die gefällt. Apropos, kann ich jetzt meine andere Waffe hier? Nein. Ja, man kann hier runter... Na gut, da runter ist es wirklich. Ja, laufen wir mal weiter. Chicago Fire. Äh, das hört sich an wie so eine Feuerwehr-Sendung. Also Serie. Oder eine Serie über... über Brandstifter. Kann ich auch sein. Ich hab meine Waffe nicht ausgerüstet. Moment mal. Ich werde sterben. Ich hab keine Heilung mehr. Ich hätte mich hinsetzen sollen. Naja. Auf, auf. Chicago Fire ist einfach eine Serie über die Feuerwehr in Amerika. Ah, okay. Dachte ich mir schon. Das wäre doch auch mal so ein Serienkonzept. Ein Brandstifter. Der, ähm, äh, immer immer Brände stiftet quasi. Und der versucht immer der Polizei und Feuerwehren sonst wie zu entkommen. Wenn du jetzt da drüber läufst, geht die Falle auch. Ja. Und du bist natürlich zu fix dafür. Was? Sonst noch was? Wird sich da so einer in der Kiste... Da auch wieder eine Falle, oder? Ach, komm! Ich wollte nur mal testen, wo. Geil. Nein! 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 Äh... Das ist ja richtig funny-funny hier. Hä? Ne, warte mal. Jetzt bin ich hier wieder runter. Halt, da kam ich doch her. Hä? Moment. Wo geht's hier weiter? Moment. Nein! 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 Mach das nicht! Nicht wieder da rein. Hä? Hä? Moment. Da kam ich doch her. Geht's hier irgendwo weiter? Nö. Geht's hier weiter? Hä? Da kam ich doch her. Geht's hier irgendwo weiter? Nö. Geht's hier weiter? Ich hab leichte Wegfindungsprobleme. Hallo, wo geht's denn hier? Achso, warte mal. Da drin vielleicht, hä? Aha! Da wo er rausgestiefelt ist. Was? Wer? Wie? Und warum? Ja, geil. Da ist schon wieder ein Telefon. Ich fass es nicht. Hey! Ah, und es ist noch ein schöner Tag in Crotch City. Wie ein Zeit, um hier leben zu sein. Oder eine rechtliche Erzählung zu sein. Das ist schon wieder neu. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Ja. Ich wusste, dass du würde, und ich finde das refreshing. So, der King von Riddeln wird jetzt hören, Ihre Confession. Blind Confessions zeigen, dass einer wahrheitliche Guilt, wahrheitliche Confessions, von Blut zu spüren. Das ist black und white. A no oder a yes. Ja, aber bin ich. Ich bin Killer. Ja. 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 Schaden, ne? Nein! Ich höre hier überall geknurre und gemache. Und wo und wo? Was? Du bist doch ein anderer Hund. Aber auch nie. Ey, die Züngeln! Ein Zungelhund! Regionskaliber. Schakar die Waldfee. So, jetzt können wir uns einen anderen Loot erstmal holen. Ja, ich bin der Sprungweltmeister. Habe ich schon mal erwähnt? Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite irgendwie. Also, Athena, wenn du es nicht gehört haben solltest, na? Herzlich willkommen nochmal. Und wie geht es dir denn? Und manchmal hört man das ja nicht, wenn ich hier rumdoktor... Was? So ein Hänger. Jetzt schon? Oh. Ja, dann. Oh, die Häschenbande. Na, greift hier wieder alle zusammen an, ihr Feigenviecher. Ja, dann. Nein! Ja, warte mal. Ich kann hier gerade gar nichts machen. Lass mich mal kurz raus hier. Äh. Hallo? Ich häng... Ich... Komm nicht weg. Ja, geh mir auf die Klöten, du kleiner Mistviech. Mann, jetzt meine Waffe ist schon wieder stumpf. Ach so, ein Rotz immer. Also, sorry, na? Also, ne. Da mach ich nicht lang rum. Da hol ich... Ich hol sofort den Geist. Wenn die denken, die müssen jetzt 3 gegen 1 machen, mach ich 2 gegen 3. Das ist ja wohl fair. War ich weg? Äh, ja, so ein bisschen, aber nein. Also, ganz ehrlich, da mach ich nicht lang rum. Wenn die so unfair spielen, das kann ich auch. Vor allem kommt ja noch der 4. dazu. Der aus dem Sarg kommt ja auch noch angesprungen. Wette ich mit euch. Nee, 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 nee. Dann machen wir kurz einen Prozess. Und dann noch... Und dann hat der eine noch... Äh, das ist ja das Allergeilste. Ach geil, jetzt sind die Viecher wieder alle da. Oh, nö. Und der eine hat ja auch noch, äh, äh, Feuerschaden. Der andere hat noch Giftschaden. Ja, natürlich. Was hat der dritte? Blitzschaden oder so. Nee, 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 nee. Ja, die Lieblingskämp... Der Lieblingskampf wird sofort unterbrochen. Da mach ich nicht lang rum. Ich hol den Geist. Dass wir hier mal ausgleichende Gerechtigkeit haben. Bin ich gar keinen Fan von, wenn da immer so viel auf einmal gegen einen sind. Ja, ey, wie so von allen Seiten. Ah, der andere macht Elektronik. Elektronik, na klar. Da hab ich ja gar keinen Bock. Das ist für mein Bruder. Ich werde dir dein Herz ausziehen. Ich werde dir dein Herz ausziehen. Und wenn du mal aufhören, alle auf mich jetzt zugehen. Naja, aber trotzdem sind sie in der Überzahl, also versuche ich wenigstens auszukleiden Ich finde das unfair Oh, die haben ihn weggemacht, na geil Ich bleib halt einfach hängen Mann, gehen wir nicht auf die Eier War ja klar, dass der noch kommt Ja genau, ey, 8 Punkt Ja ey, ihr könnt alle schneller schlagen Sogar der mit der schwersten Waffe Vollkommen klar, ich akzeptiere das total Ich habe die schnellste Waffe in dem Scheißspiel Und die könnten natürlich alle nochmal schneller schlagen Das ist so, wenn wir nicht mehr schlagen können, dass wir uns nicht mehr schlagen können Das war es, wenn wir uns nicht mehr schlagen können Das war es, wenn wir uns nicht mehr schlagen können Oh lecker mio ne da wird sofort wieder geholt das mache ich nicht mit das ist mir zu blöd gegen vier gleichzeitig so wie kommen wir jetzt nochmals schnellstmöglich darunter so ich will kill you just like big brother wanted so 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 mann ey wie oft muss ich denn noch drücken damit es akzeptiert hier so 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 ja genau jetzt einmal wenn ich diesen scheiß Würfel benutzen will so 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 Ich dachte, es war nur ein Schürz. Curse them! King Brother gave you the sauer, you're dead from it! No! That stupid puppet, Beat uns! Ach komm Als ob der Angriff Jetzt verpufft ist Jetzt verpufft Ein Schlag hat noch gefehlt Natürlich Dann holt er natürlich eine Combo raus Die mich komplett weg mach Ich sag nix dazu Siehst du mal Selbst mit Unterstützung Kriege ich den Kampf nicht hin Also somit ist er sogar gerechtfertigt All right Demonstration time Who wants to watch this guy Break apart Oh 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 This is for my brother I'm gonna rip your heart out Oh 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 Untertitelung in WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Ja ey Leute Lasst mich mal raus da Ich komm nicht weg, natürlich Ach komm, dieser ein wieder ein Oh Jaja, das ist schon richtig Ja, das Ganze Häng in der Ecke und komm nicht mehr Weg und dann machen sie einen natürlich nieder Ja, super Aber man stirbt ja verhältnismäßig Oft anhand davon, dass man in irgendwelchen Ecken hängt und immer rauskommt Nachhau ab, du Müder Ja, genau Ich werde dich Hallo? Ja, jetzt hängst du mal fest, ne, mein Freund? Oh, Leute. Ja, geil. Ja, ey, ist... ach, komm. Ich finde das so lächerlich unfair, ne? Ja, vor allem nebenbei jetzt noch Waffe reparieren, oder was? Das sind doch nicht alle. Ja, ey, nach, komm. Ich finde das so albern, sorry, das finde ich nicht gut. Lass sie nacheinander kommen, ist okay, aber nicht alle auf einmal immer. Dann hast du auch keine Zeit, deine Waffen zu reparieren und kannst nix machen. Du schaffst nicht mal dich zu heilen, weil du permanent nur noch attackiert wirst. Weiß ich nicht. Kann ich mir schon schöner vorstellen. Aber wir kriegen das hin. Wir hatten es ja schon einmal fast, bis er dann die Todeskompos seines Lebens rausgeholt hat. Bis zum nächsten Mal, wenn ich komm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ach komm ey Lass mich doch nix machen Kleines Mistvieh Die mach ich zuerst jetzt weg Nee du bleibst jetzt da Ja All right Demonstration time Who wants to watch this guy break up my arms Avenger That stupid puppet Peter Even if we just fight to buy time You're going down Man Man Jetzt steht mein Minion im Weg All right Demonstration time Who wants to watch this guy break up my arms Hey du kriegst das Zeichen Das du hier diesen Hinterrückseingriff machen kannst Aber es reagiert einfach nicht Denny Maybe when we couldn't save our brother Has win our fight received What happen How was we going to try to get out of the ship Das war's für heute. 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 Genau, jetzt kommt wieder Oberkulli. Nein! Ach du Arsch. Das war's für heute. 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 Und ich habe heute noch mal gedacht. Vor allem bin ich ja jetzt wieder menschlicher geworden. Oder? Ich habe jetzt getötet. Ja moin, mit dem U-Boot habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet in dem Spiel, aber gut, wir nehmen auch ein U-Boot.